Hey, heute geht es mal um diese tolle Tönbox, die wir hier vor uns liegen haben. Das ist ein ganz tolles Aufbewahrungsset mit 22 verschiedenen Tönen für Kekse, für kleinere Designs, für Lebkuchenherzen, aber auch mit großen Tönen, wie zum Beispiel für Cupcakes, sodass ihr tolle Details auf eure Motivtorten spritzen könnt. Was man damit genau anstellt, zeige ich euch jetzt mal im Test. Es gibt nämlich hier den tollen Adapter, den man sich in den Spritzbeutel einfügt, so wie ich es euch mal vorbereitet habe, und kann dann von außen ganz gemütlich immer wieder verschiedene Tönen anbringen, ohne jedes Mal ein neues Icing in den Spritzbeutel füllen zu müssen. Wenn ihr die Verpackung der Tönenbox aufmacht, habt ihr eine schöne Anleitung zu den verschiedenen Designs, je nach Tülle. An der Tülle selber findet ihr immer die Nummer und dann hier aufgelistet in den Motiven, was es für Designs ergibt. Die Lochtüllen, die Sterntüllen oder auch Blätterdesigns oder auch ein tolles Grasmuster. So, ich habe jetzt hier den Adapter schon mal ausgetestet und zwar habe ich eine einfache Lochtülle draufgesetzt. Und wenn ihr das Rädchen abdreht, könnt ihr von außen ganz wunderbar die Tülle austauschen und zum Beispiel das tolle Design hier verwenden. Dann setzt ihr sie drauf, dreht sie wieder feste, dann ist die Tülle fest markiert und dann könnt ihr es drehen, wie ihr möchtet. Auf der einen Seite ist es ein Zacken, auf der anderen nicht. Und dann kann man schön losspritzen, zum Beispiel in dem Design ganz glatt. So, dann gibt es natürlich noch andere Motive und ich zeige euch jetzt einfach ein paar und ihr könnt dann nach Lust und Laune alles austesten. So, und zuletzt nochmal eine ganz tolle Blüte. Ihr könnt ja auch wunderbar für Buttercreme verwenden. Umso mehr ihr spritzt, umso mehr kommt auch raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, verwendet die Tüllen zu eurem Design, wie ihr möchtet. Anleitungen für das richtige Icing oder auch welche Spritzbeutel ihr verwendet, findet ihr in unserem Online-Shop. Mehr Details auf unserem YouTube-Kanal oder wenn ihr Lust habt, besucht auch eine unserer Backkurse in München. Da geht es dann wirklich ums Keks-Design. Viel Spaß!